Ich bin Ihre Monika Schweiger und ich begrüße Sie sehr herzlich in der Galerie 10er Haus. Machen Sie Ihren Wohnraum, Ihren Garten zu etwas Einzigartigem, zu etwas Besonderem. In der Galerie 10er Haus finden Sie alles, um Ihrer persönlichen Umgebung eine individuelle Note zu verleihen. Ihre besondere Vase, Ihre einzigartige Schale, Dekoratives für Ihren Garten, Bilder, Rahmen für Ihre schönsten Fotos. Das alles und noch viel mehr finden Sie bei uns in der Galerie 10er Haus und im 10er Haus Shop. Lassen Sie sich von unserer Begeisterung für Schönes anstecken. Besuchen Sie uns in der Galerie 10er Haus, wir freuen uns sehr auf Sie. Bis zum nächsten Mal.